In Archicad führen viele Wege zu einem guten Geländemodell. Hier zeige ich euch die genaueste Methode, die natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit macht. Bleibt dran! Wir haben es nicht geschafft hier an der Stelle, da sind immer noch diese komischen Terrassen. Aus irgendeinem Grunde weigert sich Archicad hier dieser Kurve zu folgen. Deswegen komme ich jetzt zur Variante 3. Ausgewählte Ebenen alle unsichtbar, austauschen, damit sie alle sichtbar sind. Jetzt mache ich das nochmal anders. Ich benutze jetzt auch wieder dieses Grid, diese Grid-Variante, weil ich auch da diese Streifen gerne haben möchte. Die Unterteilung ist genau die gleiche wie da. Ich übernehme die einfach nur. Diesmal benutze ich diese Streifen oder diese Linien, diese Falllinien auf dieser schrägen Ebene. Denn darum handelt es sich ja eigentlich. Ich erzeuge neue Punkte auf diesen Splines. Theoretisch müsste das damit gehen, es will aber irgendwie nicht. Deswegen muss ich ein bisschen daneben klicken und das dann so dahin ziehen und schon habe ich da neue Punkte. Das kann ich hier überall machen. Das zieht sich jetzt ein bisschen, deswegen lege ich jetzt gleich einen fünften Gang ein. Ich mache das mal ein bisschen schneller. So. So, jetzt habe ich ganz viele Punkte erzeugt, wie ich es jetzt wollte. Ah nee, da führt noch einer. So. So, jetzt habe ich schon mal das Grundgerüst. Natürlich haben diese Punkte jetzt noch nicht die richtige Höhe. Zunächst mal blende ich die Splines aus. Und jetzt schaue ich mir dieses Modell mal an. Und damit ich jetzt wirklich mal eine Kontrolle darüber, wie hoch diese Punkte sind, mache ich jetzt folgendes. Ich gehe mal hier oben auf Standort und Projektionsart und stelle dabei Axionometrieeinstellungen eine Seitenansicht ein. Und jetzt sehe ich das Ding quasi direkt von vorne. Und man sieht, dass die Höhenlinien noch nicht Höhenlinien sind, weil die Punkte noch nicht die gleiche Höhe haben. Jetzt muss ich das Gleiche machen wie eben auch. Ich muss jetzt der Reihe nach diese Punkte anklicken und den, also was heißt das Gleiche? Entschuldigung, ich muss mehr machen als eben. Ich muss nämlich jetzt wirklich jeden einzelnen Punkt anklicken. Denn ich habe jetzt hier in Wahrheit keine Polygonzüge, auch wenn das so aussieht. Das sind alles von Archicad erzeugte Linien, keine von mir gezeichneten Polygon. Und ich kann jetzt hier nicht draufklicken und bekomme jetzt einzeln diesen Polygonzüge ausgewählt. Das geht eben nicht. Ich muss jetzt diese Punkte einzeln anklicken und dann entsprechend reinschreiben, was ich denn bitte da für eine Höhe haben möchte. In diesem Fall wäre das 2 Meter. Und nicht vergessen, hier sind 4 Meter, 6 Meter, 8 Meter. Das mache ich jetzt auch wieder leicht beschleunigt. Und bitte niemals auf alle anwenden klicken. In diesem Fall, das wäre wirklich tödlich. Ja, jetzt haben wir den Salat. Ich habe mich schon vertan. Ich habe hier auf alle anwenden geklickt. Oder ich habe es übersehen und habe vergessen, es abzuklicken. Deswegen Steuerung Z, ganz wichtig. Lieber nochmal Steuerung Z und jetzt mal gucken. Also hier war 2 Meter angegeben. Nicht auf alle anwenden. Aber bei den Inneren hat sich Archicad irgendwie gemerkt, dass man die auf alle anwenden soll. Warum auch immer. Und da eben nicht auf alle anwenden. So, jetzt habe ich das begriffen. Jetzt mache ich dann mal schnell alles fertig. Und doch siten kurz in der Fall ravine. Und dann war es schon ganz schön. Ich gehe da auf alle anwenden. Also gehe ich da. vibes. Ich gehe da und bleibe weil fürs Wasser aus이고. Ich jetzt hatte da gerne vieles. so wie man sieht ist alles prima ich habe alles gleich hoch ich gehe mal wieder in die perspektive das ist jetzt die schöne elegante pfeilfläche die ich bekomme wenn ich mir diese arbeit mache ich kann jetzt das ganze noch mal verfeinern indem ich hier weitere punkte einfügen die dann in der mitte jeweils liegen hier oben muss ich raten in den anderen stellen habe ich hier so rote markierung und dann kann ich diesen punkten noch mal die höhe ein meter geben also zwischen 0 und 2 hier das gleiche mit zwischen zwei und vier wäre dann die höhe drei und so weiter das heißt ich würde diese arbeit noch mal machen und käme dann zu einer noch feineren aufteilung ich kann jetzt hier überall ein durchbruch rein machen ich kenne mal die sichtbarkeit der ebenen um ich möchte jetzt dass ich nur hier meine linienzeichnung sehe ich werde jetzt mal ganz kurz das polylinien werkzeug aus und zeichnen damit ein rechteck hier rein dieses rechteck soll so länglich da drin sitzen jetzt kann ich das hier quasi dreimal publizieren das geht mit dem befehl steuerung e das ist jetzt aber nicht das thema denn jetzt bin ich wieder alle ein und wie geht das jetzt ich klicke jetzt hier wieder auf diese ebene drauf auf diese freifläche und möchte jetzt gerne sicherheitshalber auswahl und aktivierungs werkzeug also ich möchte das werkzeug auch noch haben und jetzt klicke ich hier mit dem zauberstab also mit meiner gedrückten lehrtaste hier auf diese auf dieses rechteck und sagt durchbruch stellen und zwar diesmal auf alle kanten anpassen das ist in diesem fall besser weil es führt dazu dass ich weniger von den bestehenden kanten verändert ein bisschen was macht es trotzdem ich gucke mir das jetzt mal an dem 3d fenster da ist es das ganze dann mit loch aus jetzt gehe ich jetzt zurück gemacht dass jetzt bei den anderen auch noch nur so als krönung des ganzen auch hier lehrtaste draufklicken durchbruch erstellen auf alle kanten anpassen ok da draußen parkanten verstellt und hier machte das wahrscheinlich auch und auch da durchbruch auf alle kanten anpassen wir haben hier sozusagen drei freiflächen erzeugt die sind jetzt alle hier schön zu sehen so gehen freiflächen in archikat so liebe kolleginnen das war's zum thema geländemodell in archikat mit voreingestellt im 3d grid jetzt solltet ihr ein paar strategien der geländefreiflächenkonstruktion kennen wenn ihr fragen oder kritik habt schreibt sie unten in die kommentare wenn ihr mal mit externen modellen arbeiten wollt schaut euch auch mein video zum 3d dxf import an und wenn ihr das ganze noch mal in ruhe nachvollziehen wollt in meinem blog horstsondermann.com gibt es eine textfassung dieses videos hier